Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus und heute Lidl es mal wieder auf dem Bautisch und zwar haben wir von Playtiff, den Clippies, 387 Teile, das Jet Adventure bzw. den Abenteuer-Chat. Ist ab 5 plus geeignet und dieses Set hat mich ein bisschen verwirrt, weil ich als Kind hätte so ein Set bestimmt super super gerne gekauft, so ein bisschen abgespaced, so ein bisschen abenteuerlich, einfach meines Erachtens vom Thema her ein super cooles Spielset, aber trotzdem war dieses Set eigentlich immer bei Lidl Online verfügbar, selbst in der Zeit, als alles andere ausverkauft war, war dieses Set nur mal kurz ausverkauft und relativ schnell wieder mit da, währenddessen eben zum Beispiel die Feuerwehrstationen und die Polizeistationen und der Polizeidruck eigentlich die ganze Zeit ausverkauft waren. Und das hat mich schon so ein bisschen gewundert, natürlich Feuerwehr und Polizei ist als Spielset auch nochmal ein Thema für sich, was nochmal eine große Konkurrenz ist, aber auch der zum Beispiel der Asia-Tempel, dieses Clippies L-Set, war ja auch die ganze Zeit ausverkauft, obwohl ich das jetzt nicht in dieses typische Spielthema für Kinder eingeordnet hätte und da habe ich mich schon gewundert, warum dieses Clippies M-Set hier eigentlich so gut verfügbar war. Und da habe ich mich gefragt, ist das Set schlecht und deshalb unbeliebt oder ist es einfach ein bisschen unterschätzt und genau das finden wir heute zusammen heraus. Wir haben wieder so eine typische Clippies-Verpackung, nur dass sie dieses Mal eben rot ist und nicht blau umrandet, ansonsten ist sie vom Aufbau eigentlich gleich. Von oben sehen wir dann nochmal den Chat und eben den Namen. Auf den Seiten haben wir ja immer den Set-Inhalt beschrieben. Hier haben wir es auch nochmal auf Deutsch auf der anderen Seite und das ist eben ein Abenteuer-Chat mit klappbaren Tragflächen, beweglichen Flammen und Cockpit-Klappe und zwei Figuren mit vielen Accessoires. Unten haben wir auch nur den Chat-Inhalt wieder in anderen Sprachen beschrieben, ist jetzt nicht so spannend. Und auf der Rückseite wird es noch schlimmer, in Anführungszeichen, da haben wir kein Bild vom Set, sondern auch nur die verschiedensten Erklärungen von dem Set auf den verschiedensten Sprachen. Ist aber natürlich auch vollkommen verständlich, weil dieses Set natürlich mit Lidl eine viel größere Zielgruppe hat und einen viel größeren Absatzmarkt als jetzt die rein chinesischen Hersteller, die dann vielleicht nur mal vereinzelt zum Beispiel nach Europa exportiert werden. Deshalb haben wir das hier halt in 100 Sprachen drauf. Ist halt schade, weil daran leidet meiner Meinung nach so ein bisschen die Verpackung, weil gerade bei den größeren Sets, also bei den Clippies XL-Sets, die ich euch jetzt in letzter Zeit vorgestellt hatte, war es wenigstens so, dass man dort dann auf der Rückseite schon nochmal ein Bild von dem Set-Inhalt hatte. Aber davon lassen wir uns doch mal gar nicht entmutigen und ich mache das Ganze mal auf. Und dann schauen wir uns doch mal zusammen die Teidetüten und die Anleitung an. Und der erste Eindruck hat seine Höhen und Tiefen. Zunächst mal muss man sagen, die ganze Packung ist wirklich sehr, sehr gut befüllt. Also da ist kaum Luft drin, was ja erstmal cool ist. Wir haben wieder Tüten, die in Bauschritte unterteilt sind, 1 bis 3, so wie ich das sehe. Bauabschnitt 4 gibt es scheinbar nicht. Und hier so durch die Tüten gefallen mir die Farben extrem gut. Also das ist wirklich, wirklich schön knallig, schön bunt. Und von den Farben her und auch wie die Farben wirken, genauso wie ich es mir auf der Verpackung vorgestellt hätte. Aber wie gesagt, haben wir auch Tiefen und diese Anleitung hier gehört dazu. Genauso lag die Anleitung in der Box drin. Das zieht sich mit dieser kleinen Produktanleitung, die immer in den Clippy-Sets ist, mit durch. Und auch der Stickerbogen, den ich bei einem Spielset nicht schlimm finde und vor allem nicht bei einem Spielset in der Preiskategorie, ist aber auch wirklich mitgenommen. Ich meine, ich klebe die Sticker eh nicht auf, aber das ist schon wirklich eigentlich fast reklamationsfähig. Also das bekommt man fast nicht mehr gerade. Da muss man aktiv gegendrücken und ich werde es wahrscheinlich erstmal unter ein paar schwere Bücher legen müssen, um überhaupt damit ordentlich bauen zu können. Ansonsten, bis auf die vielen Schäden, macht die Anleitung wieder, wie alle Clippy-Anleitungen in letzter Zeit, einen guten Eindruck. Hat ein sehr schönes Papier, ist klammergebunden. Ist genauso wie bei den anderen Anleitungen, dass ausgegraut wird, was schon gebaut wurde und was noch gebaut wird, in voller Farbe dargestellt wird. Insgesamt haben wir 37 Seiten und 125 Bauschritte und wir haben hier nochmal die Teilelisten. Ich versuche es mal, trotz der kaputten Anleitung euch halbwegs so zu zeigen, dass ihr euch das mal mit anhalten könnt und anschauen könnt. Also wir haben schon den ersten kleinen Dämpfer. Natürlich ist es trotzdem wichtiger, dass die Steine gut sind und ordentlich funktionieren. Das werden wir ja jetzt im Laufe der Zeit sehen. Und mich würde es auch mal interessieren, wenn ihr dieses Set selber gekauft habt. Habt ihr auch so eine Anleitung drin gehabt? Ist das in jeder Charge so? Oder war das jetzt bei mir ein trauriger Einzelfall? Aber ich würde sagen, wir haben schon wieder genug gelabert. Ich fange jetzt an zu bauen und wir sehen uns gleich nach den ersten wichtigen Bauschritten wieder. Viel Spaß dabei! Und wir sind jetzt fertig mit dem ersten Bauabschnitt und damit mit den ersten 49 Bauschritten. Es ist das bisher meiner Meinung nach schlechteste Little Set, was ich gebaut habe. Wo man aber sagen muss, es ist damit immer noch ein mittelmäßig gutes Glemmbaustein-Set im Allgemeinen. Fakt ist, die Farben sehen super, super gut aus und an der Steinequalität ist nichts auszusetzen, außer den sowieso schon bekannten Angusspunkten. Die haben aber eben auch andere Hersteller und es ist nicht allzu schlimm und dramatisch. Aber trotzdem wäre es natürlich cool. Hier reden wir aber eben wieder über 300 noch was Teile für 15 Euro. Jetzt haben aber auch schon ein paar Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, naja, 380 Teile für 15 Euro ist aber auch nicht unbedingt billig. Das ist ja fast schon teuer. Das ist natürlich totaler Quatsch. Trotzdem möchte ich es gerne nochmal ansprechen. Denn natürlich ist es nicht so günstig wie die anderen Little Sets, wenn man jetzt den Preis pro Teil ausrechnet. Aber wir haben hier sehr große Teile mit dabei, sehr massive Teile. Und wenn ihr euch das anschaut, das ist erstmal nur der halbe Chat. Da kommt nochmal mindestens genauso viel dazu. Und das ist eigentlich schon eine ordentliche Masse. Das ist hier alles relativ groß und trotzdem stabil gebaut. Also hier ist nicht so viel Luft. Ja, also man kann ja auch mal ordentlich drücken. Das flext jetzt nicht sofort durch. Das ist wirklich massiv gebaut und hat auch schon so ein kleines Gewicht. Also ich meine klar, für einen Erwachsenen jetzt bisher kein Problem. Für einen 5-Jährigen könnte es dann am Ende schon echt ein ordentliches Gewicht haben. Aber die Stabilität liegt vor allen Dingen auch an der hervorragenden Teilequalität beim Bau. Also die ist wirklich super, super gut. Die Steine haben ein richtig gutes Baugefühl, sind nicht zu hart und nicht zu weich. Aber am Ende eine super Klemmkraft. Aber jetzt kann sich das bisher ja wie eine Leobishümle für das Set anhören. Warum sage ich denn dann, es ist bisher das schlechteste Clippys-Set, was ich gebaut habe? Und da gehe ich mal drauf ein. Da haben wir nämlich mehrere Punkte. Einmal finde ich das Cockpit nicht wirklich gelungen. Also das ist nicht falsch gebaut. Das soll so aussehen. Hier kann man natürlich selbst ich einen Finger reinstecken. Und bei einem Kind kann wahrscheinlich drei Kinderfinger reinstecken. Man kann das Cockpit aber auch aufklappen. Also ist es kein Argument, dass man da sagen würde, naja, das ist um eine Figur reinzusetzen. Das ist meines Erachtens relativ billig und da hätte man sich ein bisschen mehr Mühe geben können. Ansonsten ist aber dieses Cockpit mit der Aufnahme für das Cockpit bisher auch das einzigste Formteil an dem ganzen Chat gewesen. Der Rest ist wirklich mit mehr oder minder normalen Klemmbausteinen gebaut. Wenn wir auch über den Bau reden, da geht richtig, richtig flott voran. Natürlich die Teile sind vorsortiert, deshalb findet man sie auch schneller. Aber auch die Anleitung ist super verständlich. Es gab nur eine Schwierigkeit, auf die ich gleich noch mit eingehe. Aber sonst ist das Ganze hier wirklich super einfach zu bauen und eben 5 Plus angemessen und geht auch sehr flott. Wo ich nur ein Problem hatte, was ich dem Set ein bisschen schwieriger verzeihen kann, ist dieser Bereich hier. Weil dieser Bereich, da sollte eigentlich noch der hier mit drin sein. Das heißt, hier sollten drei zusammengesetzte von diesen Teilen sein. Ich habe aber nur zwei drin. Das liegt nicht daran, dass ich es falsch gebaut habe, sondern das liegt daran, dass hier entweder die Teile einen massiven Fehler haben oder die Anleitung einen massiven Fehler hat. Das Problem ist, diese drei propellerartigen Teile werden eben auf zwei solche Pins mit Achsaufnahme gesteckt. Und damit das Ganze am Ende aber breitenmäßig passt, muss man es schaffen, dass auf einen von diesen zwei Pins zwei von diesen Teilen hier kommen. Dazu sind diese Teile halt wirklich aufeinander gesetzt, also auch mit den Noppen fixiert. Das Problem ist aber, dass diese Aussparungen hier bei den Teilen bei jedem propellerartigen Teil anders sind. Also diese Achsaufnahme ist quasi bei jedem Teil anders. Das heißt, wenn ich jetzt diese Propeller, das heißt, wenn ich jetzt diesen Propeller auf die Achsaufnahme stecke, dann müsste ja die Achsaufnahme bei dem anderen Propellerteil genauso sein, damit ich das auch hier draufstecken kann und dann eben auch keine Lücke hier dazwischen habe. Weil wenn das jetzt hier schräg aufsitzt und nicht eins zu eins mit dieser Propellerform hier passt, dann haben wir ja eine Lücke dazwischen. Und diese Lücke sorgt im Endeffekt im Set dafür, dass wir diese zwei Aufnahmen hier nicht mehr am Set fixieren können. Deshalb habe ich hier jetzt nur zwei von diesen propellerartigen Teilen nebeneinander und nicht drei. Ich hoffe, das ist am Ende kein großes Problem. Ich denke, es ist auch kein großes Problem. Aber wenn man jetzt natürlich so einen Fehler hat bei einem wirklich wichtigen Teil, ohne dass man das Set dann nicht mehr zu Ende bauen könnte, dann kriegt man da richtig Probleme. Und da muss Little aufpassen. Und das ist auf jeden Fall so ein Fehler, den ich schon als sehr schwerwiegend ansehe. Und ein weiterer, eher kleinerer Fehler ist, wir haben hier so einen Spalt zwischen diesem Ende des Jets. Und diesem Ende des Hauptkörpers. Das Problem ist halt, dass es dadurch ein bisschen instabil werden kann. Das ist die einzigste Stelle, wo man es hier wirklich ein bisschen verdrücken kann, weil da fehlt noch ein bisschen Halt. Das fällt aber nur negativ auf, weil der Rest halt wirklich bombenfest ist. Bei anderen Sets würde man da wahrscheinlich gar nicht drüber meckern. Aber ihr seht schon, dieses Set hat seine Schwächen und wir hatten auch wirklich durchwachsende Parts. Und ich würde sagen, deshalb baue ich jetzt noch den Rest zu Ende. Und dann schauen wir mal, ob es noch viel besser wird oder vielleicht sogar noch schlechter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe, ihr seid es genauso. Wir sehen uns gleich höchstwahrscheinlich mit dem fertigen Set wieder. Und schon sehen wir uns wieder. Und jetzt mit dem quasi fertigen Set nach dem zweiten Bauabschnitt, weil der dritte Bauabschnitt ist eigentlich nur noch die Figuren zusammenzustecken. Dementsprechend brauche ich diesen dritten Bauschritt jetzt nicht einzeln zu zeigen, sondern auf die Figuren gehen wir gleich noch ein. Aber das Set als das Grundset ist auf jeden Fall fertig und wir sehen schon, da hat sich noch viel getan. Auf jeden Fall haben sich hier die Flügel noch mit ergänzt. Dann haben wir diese ganze Konstruktion, die wir hier drin gebaut haben, noch verkleidet oben und der Jetski ist noch mitgebaut worden. Gehen wir als erstes gleich mal auf den Jetski ein. Den kann man hier auf dem Set quasi mit zwei Noppen befestigen. Und ansonsten würde ich sagen, der Jetski ist wirklich völlig in Ordnung. Das ist halt ein kleines Spielteil, der nimmt jetzt nicht viele Bauschritte ein. Ich glaube, es waren im Endeffekt sieben Bauschritte, die man für diesen Jetski gebraucht hat. Ja, es ist natürlich nichts Weltbewegendes, aber es ist cool, dass es beim Set dabei ist und gerade als Spielfeature noch richtig cool, wenn man quasi diesen Abenteuerjet hat, mit dem man in der Luft unterwegs ist und dann eben diesen Jetski, den man im Spiel noch zu Wasser lassen kann. Ansonsten ist das jetzt der Chat in seiner ganzen Pracht und da gibt es ein paar Sachen, die ich gut finde und immer noch ein paar Sachen, die ich schlecht finde. Ich nehme schon mal vorweg, es ist immer noch meines Erachtens das schlechteste Playtiff Little Clippy Set, was ich bisher gebaut habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Stückchen besser geworden als jetzt im letzten Bauschritt. Trotzdem hat es noch so seine Ecken und Kanten, über die wir mal reden müssen. Aber vorweg muss man sagen, das ist ein Spielset und so ist es auch. Es ist alles sehr stabil, obwohl es auch seine Stellen gibt, die hier ein bisschen lapprig sind. Zum Beispiel eben diese Türme, wo so Flammen rausgeschossen werden, die sind halt doch relativ locker hier drauf. Die fallen zwar nicht ab, aber beim Spiel wabbeln die dann halt hier oben die ganze Zeit rum. Ich muss aber auch von meinem Standpunkt aus sagen, die Flammen hätte es meines Erachtens nicht unbedingt geben müssen. Und wenn wir die jetzt hier einfach abnehmen würden, haben wir auch keinen großen Verlust am Set. Und wenn ein Kind damit spielen will, kann es das natürlich auch dran lassen. Generell das Spielthema, mit dem man diesem Chat hier am besten einordnen kann, würde ich sagen, ist so die Lego Ninjago Reihe. Das ist natürlich noch weit davon entfernt. Es ist ein eigenständiges Produkt, aber es geht eben schon in diese Richtung. Ansonsten haben wir hier natürlich noch einiges an Funktionen dran. Die eine Funktion ist es eben, dass man dann diesen Jetski vom Jet lösen kann und auch wieder draufsetzen kann. Die andere kennt ihr auch schon, man kann das Cockpit öffnen, was jetzt nicht das riesen Highlight war. Natürlich kann man hier diese Flammen drehen, was im Endeffekt auch eine kleine Funktion ist, aber jetzt nichts weltbewegendes. Aber es gibt auch noch was, was ich bei diesem Set eigentlich cool finden würde, aber auch noch ein Problem damit habe. Und das sind die Flügel hier. Die Flügel sind nämlich nicht fest, sondern die kann man aufklappen. Beide und dann eben hier so zur Seite klappen. Das ist an und für sich auch ein cooles Spielfeature für so ein Set. Das Problem ist nur, man kann sie weder in dieser Stellung arretieren, dass sie halten, noch kann man sie in dieser Stellung arretieren, dass sie halten. Heißt, wenn man damit so rumfliegen will, dann klappen die auch wieder von alleine mit vor und zurück. Und wenn man damit so rumfliegen will und man es nicht genau hier vorne hält, dann klappt es eben auch beim Spiel auf. Das ist relativ schade. Ich bin mir aber ziemlich sicher, man kann das relativ einfach optimieren, wenn man da ein bisschen Kreativität reinsteckt. Das kann man aber halt dann von dem fünfjährigen Kind, was damit spielen will, nicht unbedingt erwarten. Und wie gesagt, ich finde es an und für sich super, super cool, dass diese Funktion mit dabei ist, was diesem Set auch nochmal ein bisschen mehr Tiefgang gibt. Aber es ist leider meines Erachtens recht schlecht umgesetzt worden. Ansonsten, wie gesagt, das Ding ist stabil, damit kann man spielen, das hält wirklich an und für sich alles aus. Und wir haben auch noch eine Funktion, die man jetzt vielleicht auch als Kritiker fragwürdig ansehen könnte. Und ich verstehe auch, warum man das fragwürdig findet. Und zwar kann man hier so eine Art, ich weiß nicht, was das so unbedingt darstellen soll, ich würde sagen, fast Wasserbomben abwerfen mit dem Chat. Das ist diese Funktion, die ich euch schon gezeigt habe, wo ich ja schon dieses Problem mit hatte beim Bau. Und die kann man eben hier nach hinten drücken und dann wirft es hier eben so eine Wasserbombe raus. Das Ganze kann man jetzt machen, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Dann fliegen eben nacheinander alle vier von diesen Teilen hier raus. Oder man stellt eben den Mechanismus dann gleich wieder zurück. Dann kann man auch alles von diesen vier Dingern einzeln abwerfen. Und wie gesagt, ich verstehe voll, wenn ihr da sagt, das ist für mich irgendwie ein bisschen fragwürdig, dass sowas drin ist. Gerade in unserer deutschen Geschichte. Aber man muss auch sagen, wenn man das jetzt in einem Star Wars Set von Lego hätte, würde sich niemand darüber beschweren, dass dort irgendwas mit Waffen ist. Und meines Erachtens ist das weit genug weg von der Realität, um jetzt unbedingt als schlimm angesehen zu werden. Das Ganze kann man dann auch wieder nachladen. Und zwar haben wir ja hier eben diese Öffnung. Man muss dann den Flügel rumklappen und kann hier quasi diese Wasserbombe in Anführungsstrichen wieder mit reinlegen. Und dann ist das Ganze wieder nachgeladen und kann eben wieder funktionieren. Als Set würde ich, wie gesagt, diese Flammen hier wegbauen. Die fallen zu leicht ab. Und auch das hier hinten fällt mir meines Erachtens zu leicht ab, weil es eben sehr, sehr weit weg steht. Und das ist natürlich prädestiniert, wenn man da dagegen kommt, dass es abfällt. Ansonsten haben wir ein stabiles Set, was auch sicherlich seinen Mehrwert beim Spielspaß hat. Und wie schon versprochen, reden wir natürlich auch mal über die Figuren. Und die sind wie immer mit so einem kleinen Stand hier dabei, der hier leider auch keine Aufschrift hat, wie bei den Asterix und Obelix Sets, wo man das als kleine Plakette sehen könnte. Hier ist es halt leider, naja, nicht unbedingt was für den Gebrauch im Regal geeignet. Aber die Figuren, finde ich, sind gelungen. Klar, die Clippies-Figuren haben ihre Defizite und ihre guten Seiten, aber ich finde, sie sind halt wieder mit Liebe gemacht. Wir haben unter diesen Helmen, beziehungsweise eben diesen Tüchern, die das Gesicht verdecken, aber hier eben als Helme gemacht sind, haben wir natürlich auch noch ein schönes Gesicht. Wir haben hier wirklich zwei schöne, auch vor allen Dingen zwei verschiedene Drucke, also da wurde nicht der Körper einfach recycelt. Und auch hinten sind beide nochmal schön bedruckt. Dann haben wir noch so ein kleines Schwert dabei und so einen kleinen Stock. Die Figuren passen auf jeden Fall sehr gut zum Set und es sind auch von der Qualität von den Armen und den Beiden eines der besseren Clippies-Figuren. Dieses Set hat Stärken und Schwächen. Es ist ein tolles Spielset, es hat einige Funktionen für die Teileanzahl, ist für die Teileanzahl sehr groß und vor allen Dingen ist es sehr stabil gebaut. Bestes Beispiel, jeder einzelne Flügel hier wird von sieben C-Clems gehalten. Da gibt es kein Rumgewackel. Meines Erachtens müsste das Set, damit es noch wirklich richtig gut ist, ein bisschen modifiziert werden, was der Fünfjährige vielleicht eher weniger schafft als die andere Zielgruppe, beziehungsweise die Eltern können da ja auch gerne mal mithelfen, wenn sie mit dem Thema sind. Für mich zeigt dieses Set im Endeffekt nur eins, und zwar wie verwöhnt wir jetzt von den letzten Clippies-Sets waren. Weil dieses Set für 14,99 Euro ist trotzdem noch eine absolute Granate, und bei jedem anderen Hersteller würden wir sagen, das ist ein ordentliches Set. Und bei Clippies sagen wir jetzt schon, naja, es ist eines von den schlechteren Clippies-Sets. Was aber halt in dem Fall auf jeden Fall nicht heißt, dass ich es euch nicht empfehlen kann, weil wenn euch dieses Set so wie es da steht gefällt, und ihr vielleicht noch ein bisschen kreativ seid, dann gibt es dafür auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Natürlich könnt ihr wie immer auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da lassen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag, haut rein, euer Valleybrick.